Herzlich Willkommen bei Canisius TV, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir sind bei den Jesaja-Perlen und wir gehen und springen durch das Buch Jesaja. Heute springen wir so ungefähr in die Mitte ins 29. Kapitel und bleiben dort bei dem Versen 17 und 18 hängen. Dort steht nur noch eine kurze Zeit. Dann verwandelt sich der Libanon in einen Garten. Und der Garten wird zu einem Wald. An jenem Tag hören alle, die taub sind, sogar Worte, die nur geschrieben sind. Und die Augen der Blinden sehen, selbst im Dunkeln und im Finstern. Das stammt natürlich aus einer Zeit und aus einer Gegend, wo die Medizin bei weitem noch nicht so weit war, wie sie bei uns ist. Und wo bei weitem nicht so viel Grün wächst, als wie hier bei uns. Drei Punkte. Erstens schroffe Alternativen. Was meinen Sie? Gönnen wir Menschen das Paradies auf Erden schaffen? Und falls nicht, können wir dann gar nichts tun, diese Erde wenigstens ein klein wenig zum Besseren zu verändern. Ja, gibt es nur diese schroffen Antworten? Entweder wir versuchen es, dann landen wir in der Hölle. Denken Sie nur an die Ideologien, totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts. Oder wir lassen es. Dann müssen wir uns eben mit Leid und Elend und einem hemmungslosen Kapitalismus abfinden. Mit Luxus für wenige und Leid für viele. Jesaja schlägt, das ist unser zweiter Punkt vor, eine Zwei-Stufen-Lösung vor. Der Prophet Jesaja will sich auf so ein Entweder-Oder gar nicht erst einlassen. Und scheint sich in unserer Jesaja-Perle von heute für eine Zwei-Stufen-Lösung in Bezug auf das Reich Gottes auszusprechen. Nur noch eine kurze Zeit, dann verwandelt sich der Libanon in einen Garten. An jenem Tag hören alle, die taub sind, Stufe 1, sogar Worte, die nur geschrieben sind, Stufe 2. Und die Augen der Blinden sehen, Stufe 1, selbst im Dunkeln und Finstern, Stufe 2. Und ein drittes, Gott handelt und wir machen mit. Gottes Reich vollzieht sich somit in zwei Stufen. Bei der ersten, da können ja das, sollen wir mitmachen und mithelfen. Wir können und sollen dafür sorgen, dass unser Planete auch künftig bewohnbar bleibt, wie ein blühender Garten. Und wir können uns für eine nachhaltige Umweltpolitik und ökologische Wirtschaft stark machen, im eigenen Haushalt und in der großen Politik. Wir können und sollen Worte sagen, die unseren Mitmenschen helfen und guttun. Und wir sollen den Stummen eine Stimme geben, unrecht klar ansprechen und den Despoten in der Welt und im eigenen Haushalt widersprechen. Wir können und sollen Blinden beim Sehen helfen und sie nicht womöglich hämisch gegen die Wand laufen lassen. Und bei all unserem Tun, das sind viele Möglichkeiten, die wir haben, aber bei all unserem Tun dürfen wir wissen, Gott hält noch eine zweite Stufe für uns bereit. Etwas, was kein Auge gesehen und was kein Ohr vernommen und was keines Menschen Sinn je erfahren hat. Das nämlich hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ich bete, allmächtiger Gott, du stellst uns Großes in Aussicht und traust uns aber auch jetzt schon Großes zu. Wir bitten dich für alle Menschen, die mit Behinderungen und Einschränkungen leben müssen. Lass sie Möglichkeiten und Hilfen finden, die ihnen beim Leben mit ihrem Handicap helfen. Für die Christen, dass der Glaube an die Vollendung der Welt sie in ihrem Handeln jetzt beflügelt und motiviert. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für die Verstorbenen führe sie in deine Herrlichkeit, die kein Ohr gehört und kein Auge geschaut hat. Guter Gott, wir glauben, dass du uns helfen kannst. Lass uns mit offenen Ohren und sehenden Augen diese Welt gestalten, bis du sie einst vollendest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So, und jetzt sind wir wieder aufgefordert, da draußen Augen aufzumachen, Ohren aufzumachen, die Sinne zu öffnen für das, was ich heute beitragen kann in dieser Welt. Ich muss jetzt nicht das Paradies auf Erden schaffen, es würde mich überfordern, aber ich kann schon das eine oder andere, was dann im Paradies gelten wird, das kann ich schon gleichsam vorweg vollziehen. So ein kleines bisschen Himmel auf die Erde bringen. Möge ihnen das gelingen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über ihnen leuchten und sei ihnen gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über sie und schenke ihnen seinen Frieden und das Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komme über sie und bleibe bei ihnen alle Zeit. Amen. Alles Gute Ihnen. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald. Tschüss.